Das Schöne am Plattlinger Christkindlmarkt ist, dass die ganzen Vereine mitmachen. Dass es nicht nur ein Kommerz ist, sondern dass die ganzen Vereine sich engagieren und schauen, dass wir Plattling was sauberes aufziehen. Dass man alle Leute kennt, weil es möglich ist, so klein und überschaubar. Dass er regional ist, dass er schon so klein und puschlig ist und dass er auch kompakt ist von der Zeit her. Dass es kein ewiges Gedudel ist, sondern dass es einmal ein paar Tage sind, wo sich die Menschen treffen, wo die Vereine was tun und wo es dann auch wieder geil ist. Dass so viele Vereine vertreten sind und das einfach der Plattlinger Christkindlmarkt ist. Weil die Plattlinger den feiern und mitmachen und gestalten. Weil es gute Sachen zum Essen gibt. Ruhig, schön, mündlich. Überschaubar, nicht so groß. Man findet da gleich jemanden, wenn man jemanden sucht. Das ist bei anderen schwieriger. Der Glühwein schmeckt immer. Weil nicht so süß und das mag ich eigentlich ganz gern. Also er wirkt da schon ein bisschen, das ist hervorragend.